Hallo und herzlich Willkommen! Ich heiße Stopfer 15.04 und ja, wir spielen Vampyr weiter. Wir waren ja eigentlich letztes Mal beim Pembroke Hospital stehen geblieben. Ich habe mir aber gedacht, da das jetzt wahrscheinlich sogar eine relativ lange Folge wird, könnte ich ja schon mal etwas weiter nach vorne laufen. Wir brauchen immer noch von König Arthus das Blut. Und wir brauchen jetzt jedenfalls dafür die Zutat. Aber ich brauche auch noch ein bisschen Erfahrung. Ich kann euch gleich sagen, es kann sein, dass die Folge sehr, sehr lang wird. Aber das macht ja nur gar nichts. Okay, meine Ausdauer ist gerade wieder weg. Ja, der kann damit seine Ausdauer, ach, seine Ausdauer, seinen Schockzustand wieder zurücksetzen. Das ist aber richtig krank. Das habe ich noch nie gesehen. Okay, der ist schon mal hin. Ey, dass ich keine Ausdauer habe in dem Spiel, das ist ja seltsam. Egal, ja, für alljenigen, die übrigens die letzte Folge und auch noch gar keine Folge gesehen haben sollten. In der Videobeschreibung von diesem Video findet ihr übrigens einen Link, wo ihr draufklicken könnt, um euch die letzte Folge oder alle Folgen anzusehen. Je nachdem, ja, was ihr davon gesehen oder nicht gesehen habt. Es geht immer noch darum, dass wir McCullum auf jeden Fall das Blut entziehen müssen. Das werde ich jetzt auch gleich tun, wenn wir gleich richtig sind, heißt es. Der hat uns nicht gesehen. Wie cool ist das denn? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, ich dachte, ich könnte mal ein Schuld erzeugen, aber komischerweise ist mein Schuld schon... Warum hast du denn dein Schild nicht aktiv, Junge? Alter, ey, das ist ja zum Kotzen, Mann. Wisst ihr, das sind so Kleinigkeiten in so den Spielen, die kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Das geht einfach mal nicht. Weil für mich kommt es mitunter vor wie so eine Art Bug. Ich meine, es muss nicht unbedingt ein Bug sein. Kann auch sein, dass man das extra so gemacht hat. Aber ich kenne halt auch kein anderes Spiel, was mitunter das auch so merkwürdig macht. Und vor allem die Ausdauer, wie lange das dauert, bis die wiederhergestellt ist, ey. Junge, Junge, Junge. Ja, wir haben ja nur rausbekommen, dass nicht der Ascalon Club dafür zuständig ist, was passiert ist. Das heißt also... Ey, was ist denn hier gerade los, Alter? Also für die Epidemie hier... Jedenfalls geht es ja immer noch darum, das Einheit zu gebieten und um das Mittel herzustellen, also die Heilung des Vampirismus, müssen wir natürlich erstmal Harriet Jones wahrscheinlich das injizieren, die es denn eventuell weiter verteilen kann. Da kann ich aber euch noch nichts Genaues sagen. Weil wir werden es bestimmt erst rausbekommen, wenn wir da sind. Okay, ich glaube da oben ist McCullum. Ich finde irgendwie die Ausdauer, ja... Die ist ziemlich schnell weg. Gut. Da unten. Verunschaltete Bestie. Wenn wir von McCullum das Blut besorgt haben, was ich natürlich auch wieder versuche, friedlich zu lösen. Oh, die ist auf jeden Fall erkältet. Der helfe ich mal. Hallo wieder, Xiaoxuan. Hallo wieder, Dr. Reed. Wie fühlst du dich? So. Danke. Goodbye, Xiaoxuan. Jedenfalls... Ja, das kennen wir alle, das haben wir schon häufig genug gehört. Der ein oder andere wird schon aufgefallen sein. Ich habe jetzt etwas anders Erfahrung. Und das andere Problem, was ich habe, ist folgendes. Ich hatte eigentlich hier schon das aufgenommen gehabt, ja. Und das Problem ist, dass anscheinend irgendein Fehler bei meinem Renderprogramm passiert ist. Tatsächlich durfte ich drei Stunden nachspielen. Heute schon. Ja. Aber ihr werdet den Rest jetzt alles erfahren, meine Freunde. Ja. Guten Morgen, Vampire Hunter. Du bist hier, um mich zu enden, Leech? Du findest, dass ich nicht zuvreden werde. Nicht an, McCollum. Ich bin hier, weil ich dich brauchen. Es ist wirklich? Ich bin beeindruckt. Es geht dann. Ich brauche das Blut von einem Rang. Das Blut von Arthur. Ich bin sicher, dass du ihn possess hast und ich muss es haben. Das Blut des Gards und der Worte liebsten. Warum würdest du... Ah, du hast die Memoirs gefunden. Oder sollte ich das Buch zerstören? Ich brauche die Antidote, um diese Stadt zu retten, McCollum. Es ist in mir, deine Worte als Wahrheit zu nehmen. Ich will, aber ich muss noch mehr wissen. Welcher Plan ist Ihr Plan? Ich habe den Carrier, McCollum, gefunden. Die Infektionssauce. Es ist vielleicht Wissenschaft oder ein supernaturiges Macht, das alles für all das ist. Aber ich werde entweder oder beide hängen, um die Epidemie zu Ende zu haben. Ein Vampir-Doktor. Mein Gott, du bist ein verrückter Kreatur. Jonathan Emmett-Reed. Verstehst du nicht? Wir wollten das gleiche Ding aus. von außen. Eine Möglichkeit, diese Vampir-Epidemie zu enden. Nicht Wunschwunsch. Vielleicht ist das so. Geh es dann. Ich sehe keine andere Hoffnung für diese Stadt. Wenn das ein Trick ist, dann wirst du verraten, Dr. Reed. Okay, ich müsste jetzt eigentlich nochmal mit ihm sprechen. Danke. Können wir mehr sprechen? Wahrscheinlich. Warum nicht? Was wird der Garde von Pre-Wand jetzt tun? Willst du die große Hunde stoppen? Ja. Aber wir werden weiterentwickeln, die Innoissance von Wästen wie dir. Und deiner rotgelegten Freundin. Wie ich. Okay. Adieu. Vampire Hunter. Ich kann euch übrigens Folgendes sagen. Hätten wir ihn gefragt, wo unsere Freundin ist, hätte er gesagt, dass er nicht genau weiß, wo sie ist, denn sie hat ihre Sachen gepackt, hat alles mitgenommen und ihre Bilder verkauft. Ja. Also jetzt geht es nämlich darum, dieses Heilmittel bei einem Unterstand, wenn man so will, oder Unterschlupf herzustellen. Dann müssen wir damit zu Harriet Jones, die ja auf jeden Fall hier in der Nähe, naja in der Nähe ist es glaube ich nicht, ich glaube es waren mehrere hundert Meter Entfernung und da müssen wir dann hin. Ähm, aber das wird nicht einfach, das kann ich euch gleich sagen. Und ich vermute, dass es das Ende des Spiels ist, ähm, weil da nämlich einige Dinge passieren. Ich bin grad falsch gelaufen, aber ist eigentlich egal. Wir haben eh noch ein paar Minuten Zeit und ich renne jetzt eh dann durch, also wir werden jetzt hier nicht mehr großartig viele Dinge tun, weil das brauchen wir eigentlich grundsätzlich gar nicht. Und wenn ich jetzt vorsichtig... Boah, ja, toll, und ich mache natürlich gleich mal das, was eigentlich überhaupt nicht gut ist. Ey, ich kriege hier gleich einen Raster, Alter. Wisst ihr, das sind so eine Dinger, die kann ich persönlich einfach mal überhaupt nicht nachvollziehen. Okay, wir sind ein Vampir, ja, ein Vampir. Also, eine Kreatur, die über dem steht und wir haben absolut keine Chance. Kannst du jetzt mal bitte... Danke. Meine Fresse, Alter, ey. Und haben trotzdem irgendwie komischerweise keine Chance. Die sollen von dem Mächtigsten oder einem Urvampir abstammen und haben immer noch keine Ahnung, wer das ist. Eigentlich sollte ja, oder wollte Lady Ashbury das rausbekommen. Ob sie das übrigens getan hat, weiß ich persönlich nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die nochmal auftaucht. Was habe ich aus Versehen? Ich habe da was eingesetzt, was ich eigentlich nicht wollte. So, geht es da irgendwo raus oder etwa nicht? Ja, eigentlich schon. Einenfalls, ähm, dieses Mittel herzustellen, haben wir ja eigentlich jetzt alles gesammelt. In den zwei Folgen, ne? Also, in der jetzigen und in der gestrigen. Und das muss ich mir überlegen, wo gab's denn hier eigentlich einen... Einen Unterstand. Das einzige, was mir jetzt einfällt, ist erstmal das Krankenhaus. Dann gehen wir da jetzt am besten hin. Weil ich habe nämlich keine Ahnung, wo sonst hier noch ein, äh, Sicherheits... ... oder ein Unterschlupf sein sollte. Ich labere heute ein Müll zusammen. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Blut. Und das Spiel lädt wieder. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt durchrennen. Dann, ich hoffe natürlich, dass sich jetzt einiges aufklärt. Äh, wie ihr wisst, hatte ich ja, ähm, unseren guten Freund Dr. Swansea sterben lassen. Man hätte ihn theoretisch so einen Vampir verwandeln können. Aber ich habe mir gedacht, der ist für diese Epidemie verantwortlich und muss dafür auch denn die Schuld tragen. Klar, hätte ich ihn verwandelt, wäre es vielleicht besser fürs Krankenhaus gewesen. Aber wer weiß, ob er diese Krankheiten hätte nutzen können. Okay, wir haben ein Gegenmittel jetzt gezaubert. Bessere Flüssigkeit fehlt mir. Verdammt. Da kann ich nichts machen, da kann ich auch nichts machen. Habe ich noch irgendwas? Ah, Glasfuel, okay. So, und ich habe jetzt gerade tausende Erfahrungen bekommen. Die werde ich jetzt nutzen, äh, um eventuell auf Stufe 29 zu kommen. Ich weiß gar nicht, waren wir 28 oder 29? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, das reicht nicht aus, ne? Wir brauchen ja da, glaube ich, mindestens... Ne, brauchen wir Abgrund, 1000. Ja, okay. Bringt aber nichts. Wir sind immer noch Stufe 28. Schade eigentlich. Äh, what? Erschöpfung, Brontitis, Erschöpfung... Also, ich kann übrigens auch nicht allen helfen. Mir fehlen nämlich einige Sachen. Es sei denn, ich kann es jetzt herstellen. Ich kann nichts herstellen, würdest du mich gerade verarschen? Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier, oder? Egal, wir können einigen Leuten helfen. Äh, jetzt muss ich nur mal ganz kurz was gucken. Und zwar... Wo war denn das? War das hier? Ne. Ja, die sind alle relativ stark krank. Ich kann nur einen Ort jetzt hier relativ sicher machen. Bei Kopfschmerzen kann ich, glaube ich, nichts machen. Da habe ich leider gar nichts mehr. Ich glaube, hier konnte ich auch nichts suchen, ne? Ich könnte also gar nichts machen. Jedenfalls wird der Kampf ziemlich, ziemlich heftig, der am Ende denn toben wird. Das kann ich euch gleich sagen. Aber weiter habe ich dann auch nicht mehr gespielt. Also, theoretisch weiß ich jetzt nur noch das, was jetzt hier passiert. Denn... Wir können jetzt eigentlich durch unsere Sicht, können wir ja eigentlich denn noch ein bisschen was angucken. Erschöpfung, da haben wir noch was. Ja, da haben wir wirklich noch was. Alter, wie viele an Erschöpfung oder irgendwas leiden. Das gibt mir so richtig auf den Nerv. Auch Erschöpfung. Wie viel haben wir überhaupt noch? Noch zwei Stück. So. Der Kopfschmerz. Den kann ich gar nicht helfen, weil ich gar keine Kopfschmerzlösung da habe. Ja, ich will doch mit ihm reden. Guten Abend. Du musst... Nicht enden. Ich mache das jetzt, wie gesagt, im Schnelldurchlauf. Okay. Ey, da kann ich alles Mögliche kaufen. Narkolösung. Mehrfach kaufen. Okay. Ich habe noch genug Geld, also eigentlich macht das gar nichts. Opium brauche ich, glaube ich, nicht. Jetzt können wir eigentlich noch etwas verkaufen. Ich habe hier noch eine Keule, die brauche ich eigentlich gar nicht. Ich benutze ja viele Waffen nicht. Jetzt könnten wir nämlich noch mal ein paar Sachen herstellen. Aber ich glaube, gegen Kopfschmerzen habe ich wirklich gar nichts. Ich gucke mal ganz kurz nach. Kann ja durchaus sein, dass wir jetzt doch noch etwas herstellen können. Was ich aber bezweifle. Denn uns fehlt ja die, ja, ich glaube mehr Narkolösung. Und mir geht leider die Zeit ziemlich schnell flöten wegen dem bisschen Mist hier. Ich hätte auch theoretisch Dr. Sponsy aussaugen können, ja. Aber das Problem ist, ich weiß natürlich nicht, ob man ihn dadurch eventuell, ja, verwandelt hätte noch zusätzlich. Ich kann kein, nichts gegen Kopfschmerzen herstellen. Da fehlt mir noch einmal wässrige Flüssigkeit. Kann man das nicht irgendwie, das können wir noch aufwerten, ja. Dafür haben wir sogar alles. Mach ich mehr Schaden? Okay, was haben wir noch? Mild und Schrotflüttel. Die ist besser als die erfreulagende Pumpkin. Naja, stimmt. Die hatte ich ja eigentlich schon zur Makellose umgewandelt, ne. Wie gesagt, ich musste einige Stunden wieder nachspielen. Das Problem ist, ja, dass ich das halt, ja, damit zurückgesetzt hatte. Ich hatte nämlich keinen anderen Spielstand mehr übrig. Das ist mein Problem gewesen. Okay. So, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich hoffe es natürlich sehr. Ich weiß ungefähr, was ich tun muss. Äh, jetzt muss ich nur überlegen, wie kommt man am besten da hin? Also eigentlich die Brücke dann hier, dann so rum, dann da lang. Okay, das sollte eigentlich funktionieren. Was ist jetzt los? Wo lebt ich das Spiel? Was soll denn jetzt die Kacke hier? Wie kann ich besser in so einem Dump? Denkst du dich zufrieden, dass ich alle meine Patienten so gut behandle. Aber nicht, was soll ich... Nicht spielen mit mir. Ich bin sicher, dass du eine gute Reaktion hast, um so zu agieren. Und, also, Schwierigkeiten, die mögliche werden. Hä, was soll denn das jetzt? Kann man das nicht überspringen, Alter? Das ist ja total nervig. Habe ich den überhaupt schon geheilt? Ja. Ja, entschuldigt Leute, das ist halt ein bisschen problematisch. Kopfschmerzen. Wie viele Leute hier Kopfschmerzen haben. Naja, entschuldige ich, dass ihr vielleicht meine Couch gehört habt, Problem ist, dass man nicht immer... Ne, das mache ich jetzt nicht. Kein Bock. Das bringt mir jetzt eh nix. Ich brauche eigentlich ja nur Narko-Lösung. Warum dreht sich die Kamera eigentlich nicht von alleine? Das frage ich mich echt immer noch. So. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Warum hänge ich denn hier an so ein verdammtes Stück Holz fest? Ey, Junge, 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 Junge. Ey, keine Zeit für euch. Das ist doch echt nervig, Mann. Was ist denn jetzt los? Ich kann die Karte nicht mehr. Ich kann gar nix mehr. Mann, kannst du jetzt auch mal wieder zurück machen, Junge. Ey, was sind das für Fehler jetzt hier im Spiel? Ich verstehe das nicht. Jetzt bin ich auch eigentlich total den falschen Weg gelaufen. Oh, ey, das kann doch nicht wahr sein. Zeig den wirklich ganz beschissenen Weg genommen hier. Obwohl, ich kann ja vielleicht mal nochmal eine Narko-Lösung und so besorgen. Ich glaube, so viel Geld habe ich auch nicht mehr. Okay, Narko-Lösung. Ja, die nehmen wir gerne mal mit. Ich weiß gar nicht, ob der das hier alles... Das kann der selber umwandeln, genau. Es fehlt uns nur noch diese komische Flüssigkeit. Ey, ich komme hier ganz durcheinander, wo man hier lang kann und wo nicht, ne? Bin ich jetzt wieder richtig? Also, das ist als einziges ein bisschen merkwürdig. Also, die Stadt ist allgemein sehr merkwürdig gebaut. Wo geht's jetzt lang? Oh, nein. Hier, ne? Genau. Also, kommen wir mich jetzt gleich da an, äh... It's locked, alright. Ja, wo komme ich jetzt wo durch hier? Ich raste gleich aus. Es geht doch nicht. Mann, jetzt bin ich dem falschen Weg gelaufen. Willst du mich jetzt hier verarschen? Ey, wer hat sich denn das ausgedacht? Hätte man die Stadt nicht ein bisschen anders, ein bisschen besser bauen können? Oh, ich kann nicht so weitergehen. Kann ich bestimmt auch nicht lang, oder? Doch. Okay, gut. Dann haben wir mich jetzt gleich geschafft. Ah, ich renne jetzt hier überall vorbei. Ich hab eigentlich gar keinen Bock mehr groß zu kämpfen. Das bringt eh nix. Also außer Erfahrung und vielleicht mal ein bisschen Zeug. Aber... Das bringt, wie gesagt, nicht viel, ne? Ich hab jetzt keine Zeit für dich. Eigentlich hab ich keine Zeit, aber... Okay, bitte die Düruf machen. Genau, so. Geh doch. Äh... Ja, jetzt müssen wir nur noch da nach hinten. Herkunft der Skulls. Das brauchen wir nicht lesen. Das bringt jetzt eh nicht mehr viel. Wir wissen ja, woher sie kommen. Ihr wollt ja eigentlich alle stressen. Ah, jetzt haben wir nochmal Nachholösung bekommen. Ja, wie gesagt, eigentlich ist es mitunter ganz gut, wenn man nochmal kämpft. Ihr habt's ja gerade gesehen. Wir haben jetzt nochmal ein bisschen was bekommen. Heißt, wir können uns theoretisch nochmal was herstellen. Ich bin jetzt aber eigentlich so overpowered hier. Oh, okay. Ich glaube, ich muss mich nochmal ganz kurz heilen dann. Ach so, bevor ich das vergesse. Ähm... Wo ist denn das? Erstmal muss ich die Spritzen ändern. Ausdauerserum. Eigentlich noch irgendwas von der Stufe 1. Leichtes Loot-Serum. Leichtes Ausdauerserum. Leichtes Regenerations-Serum. Und leichtes Blutserum, ne? Weil das brauchen wir nämlich für später. Eigentlich kann ich ja nochmal was herstellen. Ach nee, da brauchten wir, glaube ich, auch einen Schra... Ach Mann, ey. Stimmt ja. Ich kann das ja hier gar nicht machen. Na ja. Macht gar nichts. Das macht jetzt eigentlich gar nichts. Hier sollte eigentlich auch keiner mehr sein. Eigentlich wäre das cool gewesen, hätte ich jetzt hier noch die Möglichkeit, was zu machen, ne? Okay, mal gucken. Vielleicht geht's ja doch. Ne, geht nicht. Ja, Leute, ich bin jetzt gespannt, wie lange das Spiel dann noch geht. Aber allzu lange kann es einfach nicht mehr sein. Mal gucken. Ich werde jetzt natürlich auch versuchen, bei Harry L. Jones nicht zu sterben. Ob das funktioniert, werden wir gleich sehen. Was war noch? Ach ja, genau. Es wird noch etwas passieren. Was war gleich denn erfahren im Anschluss? Also, bevor wir zu Harry L. Jones gelangen. Das kann ich auch schon mal sagen. Wie gesagt, ich musste ja das alles normal machen. Ja, vielleicht, also ich weiß schon, was passiert. Aber wenn halt die Aufnahme nicht gestartet wird. Oder die Aufnahme einen Fehler hat. Dann muss man halt alles komplett machen, ne? Weil da konnte ich nicht schneiden. Also, ich hatte so viele Fehler in der Aufnahme. Dann musste ich das halt noch mal komplett von vorne machen. Das ist halt ein bisschen doof. Das ist halt ein bisschen doof. Okay. Der Ort wurde durchsucht. Das ist aber nicht gut, wenn der schon durchsucht wurde, ne? Was? Die sind alle tot? Seht ihr, das habe ich mich letztes Mal gar nicht gesehen. Da bin ich einfach durchgerannt. Hier ist alles voller Blut. Ja, das muss er wahrscheinlich auch schon gerochen haben. Ja, eine riesige Blutpfütze hier. Okay, das habe ich letztes Mal auch nicht gemacht. Da ist ein Zettel, den können wir aber immer noch nicht lesen. Also gut, dass ich hier nochmal lang gelaufen bin. Weil das habe ich letztes Mal auch nicht gemacht. Also, bei der Aufnahme, die ihr sowieso nie gesehen, oder was ihr gesehen hättet, aber nicht sehen könnt, weil es ja nicht, ne? Übernommen wurde und so. Alter, der hat die alle bis fast zu den Knochen runtergefressen, ne? Ob Harriet Jones auch tot ist? Fuck. Das ist jetzt nicht geil. Also, Harriet Jones muss ziemlich stark sein, wenn die hier einfach mal alles so weggetilgt hat. Was ist das denn? Kann er nichts machen. Da wird man... Ne, doch nicht. Das ist ein Fehler. Okay. Die Blutspur führt jetzt wieder nach oben. Okay, hier ist auch ein Skull tot. Eventuell, aber vielleicht auch nicht. Das ist nämlich das Problem. Was wäre, wenn du auch unter den Opfern gewesen wärst? Oh, okay. Und jetzt ist passiv mich das Ereignis, was ich euch nämlich, äh, ja, noch erzählen wollte. Ihr wisst ja, dass dieses Wesen erscheint. Und wir werden gleich erfahren, woher es kommt. Und vor allen Dingen, was es überhaupt ist. Aber da erfahre ich gar nichts, denn das werdet ihr jetzt alles hier live erleben. Ja, das ist ja auch nicht. Ja, das ist ja auch nicht. Ich möchte ja auch keinen Menschen zum, ja, müsst ihr irgendwelchen Wesen umwandeln. Okay. Warum wählst du mich? Nur du kannst du eine moderne, scientifische Antwort auf diese ältere, mystische Gefahr. Okay. Sprech mit mir über diese ältere Gefahr. Die Blöde der Hütte. Die Wälder des Todes. Wenn sie wunderviert, ein Verstand wird in dieser Welt, für sie ist Hunger und Anger. Ich bin hier, um zu stoppen Harriet Jones. Sie ist die Original-Karrier. Die Wälder, von dem diese Korruption fließt. Ich habe gehört, aber beware. Harriet Jones' Mind ist nicht mehr. Sie hat Metamorphose in eine Apokalypse. von der Wälder des Todes. Von der Wälder des Todes. Was ist die Wälder des Todes? Die Wälder des Todes. Die Hunger in dir. Die Neue für Wälder. Die Wille zu schreien und zu schreien. Die Wälder des Todes. Die Wälder des Todes. Ich möchte nur wissen, wie ein Ende dieses Epidemie zu stellen. Für ein Verstand so noble, Sie müssen sich selbst aus der Wälder des Todes. Mein Kind. Die Wälder des Todes. Ich weiß. McCollum benutzt eine solche Serum, wenn mich versucht zu töten. Aber ich habe produziert eine einfache Version der Antidote. Ihre letzte Aufgabe erwartet Sie am Ende dieser Tunnel. Ich weiß, seit Jahren, dass Sie diese Herausforderung wertvoll sind. Meine Champion Bittersweet. Sie schreien mich. Meine Freundin sterben für Ihre Schäden. Ich habe die Gefahr und Tragedie in diese Welt gebracht. Ich bin nicht. Ich werde noch nicht sein. Sehr schnell Sie werden wissen, dass ein Gebet ist manchmal notwendig. Ich verstehe die Gründe, die ein Kind beherrscht gegen seine Vater und Mutter. Sei stolz, mein Kind. Diese leeren Schäden haben keine Chance. Das hatten sie wirklich nicht. Auf jeden Fall erwartet uns da vorne der Kampf. Ich gucke noch mal ganz kurz. Ah, hier sind noch... Auf jeden Fall ist es so. Ähm, diese Göttin, von dem, ähm, ja... unser Blutfreund geredet hat. Ähm, das wird auch noch eine Rolle spielen. Das werdet auch gleich sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit dem Endkampf. Das ist so schlimm. Ja, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Doktor, helpt mich bitte. Ich bin so schwer. Ich bin so glücklich, dass du mit dir unterstützt. Oh, ich möchte deine Hilfe, Doris! Lies! All of you! Oh, ich bin so schlimm. Aber die König selbst verabschiede mich. Sie gab mir eine Chance. Harriet, du musst du all das. Ich kann dich nicht infekten, jemand anderes. Wie kann du dich unternehmen mit der Red Queen's plan, Doktor? Wie kann du dich unternehmen mit der Red Queen's plan, wie kann du die Natur stopper? Ja, das ist gefährlich. Eigentlich wollte ich gerade nicht den gleichen Fehler machen, wie meine Aufnahme vorhin. Aber es geht ja eigentlich bis jetzt ganz gut, ne? Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich darf auch nicht zu viel Blut schon verschwenden. Ihr werdet auch noch sehen, warum. Naja, ein bisschen können wir noch verwenden. So ist es nicht. Ah, ich habe dich noch. Schön getroffen. Okay, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. Wow, wow, wow. Einmal heilen, bitte. Alter! Das kannst du doch nicht machen, Schätzelein! Oh, wow, wow, das ist gefährlich. Ich glaube, das war mit dem giftigen Kuss gemeint. Ich darf die gar nicht mehr... Ah, verdammt. Okay, ich muss mich mal ganz kurz heilen. Und jetzt der letzte Schlag. Und jetzt der letzte Schlag. Oh, 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 oh! So, und das ist jetzt wirklich unser Hauptgegner, kann man sagen. Und die ist richtig heftig. Also, die ist zwar von der Stufe her unter Harriet Jones, aber die ist wirklich richtig, richtig heftig. So, können wir uns nämlich erst mal Blut holen. Aber muss man aufpassen, weil die sind schon sehr gefährlich. Und sie natürlich auch. Gegen die habe ich am Anfang gekämpft. Also, am Anfang war ich jetzt... Und dann habe ich ausgemacht, als ich gemerkt habe, dass die Aufnahme nicht so funktionieren hat. Manchmal muss ich auch zum Computer rüber gucken, wisst ihr? Okay. Also, es jetzt läuft. What? Wow. Wow. Na komm. Ist das gut oder ist das böse Ende? Das weiß ich nämlich auch nicht. Alter, was war das gerade? Das war neu. Okay. Okay, bis jetzt läuft's. Alter. Das ist schon mies. Aber ich kann bis jetzt... Ich halte gut mit. Wow, wow, wow. Naja. Doch, ich halte schon gut mit. Alter, du bist ja echt mies, Mann. Ich brauche erst mal das. Dann muss ich noch mal ganz kurz hier rausgehen. Ich weiß, es ist gerade nicht so geil, was ich mache. Wir brauchen aber ein sehr starkes Blutserum auf Stufe 2. Hier haben wir noch ein Stufe 3 Blutserum. Verdammt. Jetzt muss ich richtig gut sein. Marco. Was ist denn jetzt hier? Hallo? Hallo? Ja? Ich brauche das. Ich brauche das. Wow. Die hat sich geheilt. Willst du mich gerade veröffentlichen? Alter. Mann, kämpf doch mal jetzt. Warum? Was macht ihr denn? Alter. So, jetzt mal das. Dann nochmal kurz heilen. Schild aktivieren. Wow, 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 wow. Wow. Alter, das ist gefährlich gerade. Ich habe sie gleich. Warte, ich muss noch ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Das ist leichtes Regeneration-Serum. Ich brauche jetzt Regeneration-Serum auf Stufe 2 und das starke Blutserum auf... Alter, war das Knochen. Eigentlich brauche ich... Tschüss! Ich brauche sie. Ich brauche sie. von deinen Träumen. Sie fühlten meine Schuld? Haben sie genug suffered? Mehr als immer, Mutter von uns alle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, dann ist es vorbei, Herr Ekon. Du hast einen Ende mit diesem Schrecklichen Menes gemacht. Frau Bridget? Was machst du hier? Das ist mein Räumen, Herr Ekon. Das ist Säu-Skarl Territory. Aber sie wurden alle massacreden. durch die monstrosität, die Harriett wurde. Andere werden kommen. Engendert durch die Vampyrische. Ich meine nicht mit dir, natürlich. Ach nee. Ich dachte, du warst. Mit den anderen Säu-Skarls. Ich war da oben. In search of Hilfe, wenn Harriett plötzlich in die Sache war. Ich habe keine Ahnung, was es war. Es ist jetzt vorbei. London ist nicht mehr in den Schrauben. Wir sind alle sicher. Ja. Ja. Du hast in der Ende geschehen. Ich hoffe, dass du mich entschuldigst, für die Art, wie ich dich behandelt, wenn du zuerst vorst warst, bei unserer Garten. Keine Ahnung. 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 Ich habe mein schäufer und vermutliches Freund, um mein Vögel zuerst zu vermeiden und meine Zutaten, um mich zu trinken, seine Blut zu essen. Du warst der Herr Redgrave's Frau. Dann hat er den Pompass-Fool verletzt, nicht er? Es war ungefähr 200 Jahre vor. Peace hat mich in Zeit gefunden. Und ich hoffe, dass es dich finden, auch. Jetzt alles ist es vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Ich könnte die Vampire Epidemie haben, aber ich brauche Antworten von der Frau, die ich liebe. Ich dachte, dass du das sagst. Geh dann, jung Ekon, und schau dir dein Geist. Just remember, dass ich immer hier für dich sein werde. Ja, ich bin. Hunger, red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim, patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Okay. Also sind jetzt wieder einige Jahre vergangen, so wie es scheint. Well, this is it. Lady Aspera's Domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I better hurry. Ich hoffe, sie tötet sich natürlich nicht, ne? Was, die gesunde Überträgerin? Erfahre die Wahrheit über Elisabeth. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from when she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. It is unwise to interfere with the tale rooted so deeply in the suffering of others. No. I must know why Elisabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fairly well. Your sons? Plural. Oh God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Okay. When he fought me, Jeffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries, the lamb suffered his defeat. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you. Only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat, spawn of this generation. Okay. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now too? Have I not already answered that question? Okay. Okay. His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. Okay. Jetzt weiß ich, was mit Söhne gemeint ist. Der ist auch hier. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son. As is William Marshall. Ach, it was clear. Okay, that's what I don't ask. Speak clearly then. And answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you. Okay, also die Folge wird wahrscheinlich länger als die anderen alle. Auf jeden Fall haben wir jetzt festgestellt, dass es nur zwei wahre Söhne gibt. Also, also Lord Marshall und ich. Okay, das ist strange. Vor allen Dingen ist ja jetzt Tag. Ich meine, eigentlich müsste mich ja die Sonne völlig verbrennen, oder? Okay, ich kann hier außen rumlaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, aber das werdet ihr jetzt vollends sehen, ne? Ob hier noch irgendwas anderes ist. Aber auf jeden Fall ist es schon sehr alt hier alles, ne? Okay. Da muss ja eigentlich, äh, ja, Lady Ashbery auch eine sehr, sehr mächtige Vampirin sein. Ein sehr mächtiger Vampir, sagen wir das mal so. Ich hoffe, ich muss nicht gegen sie kämpfen. Ich habe nämlich jetzt, ehrlich gesagt, auf Kämpfen gar keinen Bock mehr. Mal gucken, wo wir hier hinkommen jetzt. Aber das kenne ich hier alles gar nicht, also... Da komme ich nicht rüber. Also es geht nur in eine Richtung. Und da ist bestimmt... Jetzt kriegen wir bestimmt noch irgendwo eine Schrift, die wir lesen können. Oh, alter Brief. London. 4. August 1865. Verehrte Lady Ashbery, haben Sie vielen Dank für Ihren jüngsten Brief und all die guten Neuigkeiten, von denen er zu berichten wusste. Ich kann es kaum erwarten, Sie endlich kennenzulernen, wenn Sie in London eintreffen. Der Garten liegt unter dem Sommerhimmel, wunderschön da. Ich habe aber nicht vergessen, dass Sie aufgrund Ihrer anfälligen Gesundheit Hitze und direktes Sonnenlicht zu vermeiden wünschen. Sie sind jederzeit willkommen. Wir können dann über Ihre wundervolle Idee sprechen. Ein Waisenhaus für junge Damen nach dem Vorbild des französischen Maison Royale des Solos zu eröffnen. Leider wurde dieses Jahr geschlossen, als die Franzosen sich entschieden, oh Gott, ich will diese Worte gar nicht zu Papier bringen, ihren König den Kopf abzuschneiden. Für einen solchen Ort, der begrabten, aber arm Waisenmädchen Zugang zu guter Bildung gewähren wurde, können meine Freunde hier in der Stadt sich mit Sicherheit begeistern. Sie können darauf zählen, dass ich sie mit meinem Einfluss dabei unterstützen werde, ihr Vorhaben zu einem großen Erfolg zu machen. Hochachtungsvoll, Gräfin Alexandra Somerset. Wow. Kenn ich jetzt persönlich zwar nicht, aber... Das Kastel ist weggefallen. Wow. Da ist Lady Ashbury. Porträt von... Ne, noch nicht. Elizabeth Blackwood von John Vermeule. 1666. Oh, es gibt viel zu viel zum Lesen. Ey, sag mal. Will ich mir das gerade ein? Oder ist es schon ein... Abschrift eines Briefes. Verehrter Mr. McAllister, als neue rechtsmäßige Eigentümerin des Ashbury-Anwesens möchte ich schnell die überfällige Instandsetzung und Reparatur der Mauern sowie der Krypta des Schlosses in Angriff nehmen. Nur wenige Architekten hatte ich um Vorschläge gebeten, doch ihr respektvoller Ansatz bezüglich der Renovierung historischer Gebäude und ihrer Erhaltung hat mich am meisten eindockt. Es wäre mir eine Freude, Sie zu treffen, wenn Sie Zeit fänden. Ich habe nur eine Bitte. Ich möchte mit Ihnen persönlich und nicht mit Ihren Assistenten sprechen. Nächsten Monat wäre ein Treffen möglich. Jeder Abend ist mir recht. Sie können zum Schloss kommen oder ich kann Sie in Ihrem Büro aufsuchen. Wie es Ihnen beliebt. Und wenn Sie zum Schloss kommen sollten, könnte ich Ihnen zeigen, welche Reparaturen und wahrscheinlich aufwendige Veränderungen ich für die Krypta im Sinn habe. Wie in der meisten Kasteln hat er eine Krypte. Und er hält etwas Besonderes in sich. Ja. Das sieht aus wie... Oh, Porträt von Dr. Jonathan Reed. Elisabeth, mein Lieber. Du allowst mein Porträt, um dich anzusehen, während du schlafen. Ich bin flottert. Okay. Ihr muss es schon sehr viel bedeuten, ne? Okay, komme ich nicht lang. Okay, ich bin jetzt trotzdem noch ein bisschen... Porträt von Elizabeth und Jacob Blackwood in Versailles, 1788. Okay. Also es gibt eine Menge Porträt, ne? Und eigentlich bin ich schon über meine Zeit. Aber da es ja jetzt eh die letzte Folge ist, habe ich mir gedacht, ist es sowieso völlig egal. Äh, hier geht's... Da geht's nach unten. Okay, ich gucke mich aber trotzdem noch mal ganz kurz um. Dann war noch mal ein Schreiben. Die, die, die... Warum gibt's hier eigentlich Ratten? Was ist das für ein Gemälde? Was? Was für ein Gemälde? Ah, okay, das ist da hinten. Das werden wir uns gleich angucken. Okay. Neuerer Brief von 1909, okay. Verehrte Lady Ashpöy, ich danke Ihnen für Ihre vorigen Briefe und die leidenschaftlichen Diskussionen über volkstümliche Vampirvorstellungen. Ganz offensichtlich sind wir einer Meinung, dass ein wissenschaftlicher, moderner Ansatz hinsichtlich des Verlanges nach Blut und der Heilung der Abhängigkeit notwendig ist. Ich muss gestehen, bei unseren Treffen im Dunbury Sanatorium hat mich Ihre freundliche Art sowie Ihr gütiger Umgang mit den armen Patienten beeindruckt. Ich war hoch erfreut, als ich vom Führungsposten seit seiner Gründung von Ihnen finanzierten Pembrok Hospital las. Ich habe einige Tage lang überlegt und möchte Ihnen mitteilen, dass ich Ihr Angebot gerne annehme. Es bietet mir die Gelegenheit nach Jahren als Staatsdiener im schönen, aber deutlich ruhigeren Schottland endlich wieder durch die geschäftigen Straßen Londons gehen zu können. Ich freue mich, Sie dort zu treffen und weiter mit Ihnen über die Unsterblichkeit Ihrer Vor- und Nachteile und mögliche Verbesserungen Ihres Zustands diskutieren zu können. Unsere nächsten Treffen sehe ich heute entgegen mit hoch erdrucksvollen Grüßen, Dr. Swansea. Okay. Okay. Dieses Gemälde sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Das geht auch nach unten. Okay. Ich weiß jetzt nicht, von wo das jetzt besser wäre. Ich weiß ja nicht mal, wo richtig oder falsch ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist auf jeden Fall schon sehr alt, wie es aussieht, ne? Da kann ich nicht lang. Finde den Geheingang. Okay. Naja, aber eigentlich müsste er... Warte, ich kann das Bild halt auch nicht angucken, ne? Jetzt habe ich die Tür aufgeschlossen. Wie soll denn hier ein Geheingang sein? Ich komme gerade überhaupt nicht klar. Wahrscheinlich da unten. Ja, stimmt. Der Kamin eventuell. Ich bin eigentlich über meine Zeit, schalala. Kann ich nichts machen? Hier oben kann ich nicht gucken? Hä? Ah. Ah. Ich kann ein Mechanismus fühlen, aber es funktioniert nicht. Hier ist ein anderes Schuss. Ich sollte weiter schauen. Nein. Ein letzter Schuss. Und... Voila. Ey, Leute. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe jetzt bestimmt, keine Ahnung, eine halbe Stunde gesucht. Kann ich also schön schneiden. Macht Spaß. Hey, jetzt noch mehr Gleason habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Ich bin mal ganz im Ernst. Ich bin mir Wahnsinn. Ich werde dich Angst vor. Ich bin mir. Ich bin mir Angst, nicht mir. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, father. What took you so long, Jonathan? Is this... really him? Yes. This is William Marshall. First Earl of Pembroke. Servant of five mortal kings. Former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And... you called him father. For he gave me eternal life. And much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Okay. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes. To end it. Once and for all. Okay. Where are we? What is this place? This is the Ashbury Estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became... unwell. Kim? Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman, who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster. This creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more. And London will recover. In time. The city has suffered. But it will prevail in the end. A more cynical analysis would be that this is an acceptable catastrophe. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty echo. Who has not fed in centuries. An elder vampire. Driven by an urge to kill. And spread the blood of hate. No redemption then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels. To protect the feeble. And to smite the unholy. Okay. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. Okay. William Marshall infected you. He is the true original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Skulls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Okay. Who are you really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury. And that's all I wish to be. I understand. And I respect your desire for Pootsie. Thank you, Jonathan. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. That you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you. Since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back. Like the newborn fool you were. Okay. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Oh, my God. Jetzt wissen wir mehr. Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? Okay. Ich werde nur zwei Fragen stellen. Und zwar über die Tränen der Engel und erzählen sie mir vom Blut des Hasses. I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were. I used the tears of King Richard. And the pure blood of the valiant Bodicea. Okay. Okay. King Richard. And Bodicea. How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The order of St. Paul, I believe. Okay. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze really. A sneeze held for so long. You could blow a fortress down if you released it. Oh, nee. Das wird zu viel. Do you remember, Murdin, your maker? Only God is my maker. For he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his Archangel Michael. But Murdin, Michael, is a vampire. He made you a blood sucking creature of the night. Blood? Yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Okay. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me. For she heard my pain from across the sea. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled. And I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it would be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time. You already are the sky. And all its stars. I'm not defeated. For I welcome the sword you bear. For it is mine. You were never defeated, my lord. You were never defeated. For I coming back to you. Will you die? Good? Good. Good. God, Father. But for you also, Jonathan… What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. Die Flamen werden die Zutdäckchen, die in meine Zutdäckchen schlägt. Nein, ich werde das nicht passieren. Ich bin Tod. Jonathan, wo ich gehen kann, ich kann es nicht behalten. Ich bin Dr. Jonathan Reed, Champion of Merden. Ich bin der Erlösung von der Vampire Epidemie. Ich kann dich retten. Was bedeutet das? Wir sind Blut, Elisabeth. Alles über uns ist in unserem Blut. Mit Zeit, ich konnte den Antidote, die William Marshall gab, dir. Ich glaube, Zeit ist auf unserer Seite. Das ist ein Risiko, das ich nicht nehmen kann, Jonathan. Ich werde nicht mehr so ein Verbrechen in diese Welt bringen. Elisabeth, nein, ich glaube, ich kann dich retten. Wie kann ich dich glauben, Jonathan? Wie kann ich so eine Chance nehmen? Ich werde hier mit dir, dann. So lange, wir müssen, bis ich eine Hilfe finden. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this. I love you, Elizabeth. I can do this. Please, stay with me. I... I believe you. This is crazy, but... I believe you, Jonathan. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion, bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fared. I'll wait for you to see how long this will be gone. Ja, Leute, damit haben wir jetzt Van Pyr durchgespielt. Ich hab jetzt ehrlich gesagt noch mal eine Stunde 40 Minuten insgesamt gespielt für die letzte Folge. Ich werde es wahrscheinlich ein bisschen reduzieren. Es hat mich auf jeden Fall schon mal sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Also, wie fand ich das Spiel? An sich war es wirklich ziemlich gut. Es sah sehr schön aus. Es hat eine wirklich gute Geschichte eigentlich. Die Synchronsprecher haben mir sehr gut gefallen und auch die Geschichte hinter den Vampiren, wie sie entstanden ist und dass durch dieser Hass, dieser Skull und diese Göttin sich dann erheben. Das ist richtig krass. Und dass man halt ein Heilmittel finden konnte und uns Jonathan damit helfen konnte. Ich hoffe natürlich, dass er es hinbekommt und seine Elisabeth heilen kann, damit diese böse Sache nie wieder zurückkommt. Das sollte es jetzt erstmal gewesen sein. Das einzige Negative, was ich fand, ist erstens, bei den Kämpfen gab es viel zu wenig Erfahrung. Und zweitens, wenn ich gar keinen Menschen ausgesaugt hätte, und es war ja nur ein Einzelger im ganzen Spiel, ich hätte es nicht geschafft. Das soll es wie gesagt gewesen sein. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und also, bis dann und tschüss!